Wir bitten dich, unser Pensionat zu schützen und wir beten, dass wir die Nacht hindurch vor Schaden bewahrt werden. Miss Martha! Miss Martha! Ist er tot? Nein, bringt ihn hinein. Schnell! Sie sind ein höchst unwillkommener Besucher. Und wir sind nicht zu Ihrer Unterhaltung da. Obgleich ich leicht zu unterhalten bin. Sie werden nicht lang genug hier sein. Was hat Sie hierher geführt? Warum interessieren Sie sich so für mich? Ich bewundere Ihre Kraft. Ich versuche Ihnen zu geben, was in diesen Zeiten zum Überleben nötig ist. Wenn Sie alles auf der Welt haben könnten, was wünschten Sie sich? Weit von hier weggebracht zu werden. Kommen Sie mit mir. Er scheint ein sensibler Mensch zu sein. Ist es so? Edwina? John! Es scheint, der Feind ist nicht das, was wir glaubten. Ich hoffe, Sie mögen Apfelkuchen. Ist es mein Rezept? Das ist es. Holen Sie mir Tücher. Und Chloroform. Und aus der Räucherkammer holen Sie die Säge. Sofort. Ich brauche das Anatomiebuch. Kann ich Ihnen etwas bringen? Bringen Sie mir den Schlüssel. Sie wissen, dass ich Ärger kriegen würde. Was habt ihr mir angetan? Ihr ragsüchtigen Mistdecke! Ich bin mir, das ist ein Räuch. Das ist ein Räuch. Scheiben Sie mir an, die Säge.